moin moin meine liebe abonnenten heute mal kein let's play sondern spiele empfehlung heute widmen wir uns nintendo switch games die definitiv unter dem baum gehört hätten unter dem weihnachtsbaum lag dieses jahr eine nintendo switch gratulation erst mal dazu die letzten knapp zwei jahre war die switch ein garant für wenige aber dafür richtig coole exklusiv spiele aber was ist mit den spielen abseits von den triple a games gibt es auch etwas neben mario und zelda definitiv und die will ich euch kurz mal vorstellen los geht starlink muss man einfach erlebt haben nicht nur wenn man ein fan der alten starfox teil ist exklusiv für den nintendo switch schwingt sich auch fox black cloud wieder ins cockpit obis das hat hier wirklich vieles richtig gemacht und das spiel macht wirklich sehr viel spaß die story ist recht simpel der fiese greggs will die galaxie unterjochen wir und ein haufen zusammengewürfelter piloten versuchen dies zu verhindern es gibt immer wieder nette wendungen der handlung was die story gut vorantreibt auch erfährt man nach und nach mehr über die einzelnen piloten und deren schicksal eingebettet sind viele unterschiedliche missionen auf den verschiedenen planeten man kann tiere studieren raffinerien bauen und mods kaufen das alles dient zum vorankommen aber auch um nützige teile für das eigene raumschiff herzustellen das spiel läuft sehr flüssig auf der switch und die steuerung ist ziemlich gut gelungen sehr akkartelastig was mir aber ziemlich gut gefällt man sollte sich nicht von dem prinzip toy to life erschrecken lassen auch wenn es schon sehr cool ist dass man mitten im spiel einfach mal die waffen am raumschiff modell tauschen kann und es dann in echtzeit auch im spiel getauscht wird kann man jederzeit auch ohne das platz zu spielen gerade sehr angenehm wenn man den pro controller besitzt kostete das spiel zum start noch knapp 80 euro bekommt man es nun teilweise für die hälfte für mich eine überraschung fit diesen jahre und definitiv ein must have dark souls ich glaube aber keinem anderen spiel habe ich so oft geflucht wie bei diesem dark souls spaltet die spiele die einen lieben es die anderen hassen es und das liegt im aufbau des spiels das spiel selbst lässt einen zu beginn einfach mal alleine man erhält zwar kleine hinweise wie eine art tutorial das war es aber auch schon eine richtige einführung gibt es nicht es dauert keine fünf minuten und man steht schon mit dem ersten boss im weg das spiel ist schwer sagen die einen und die anderen sagen das ist einfach nur unfair das war auch meine meinung zu beginn der spiel aber die wahrheit ist das spiel ist nicht schwer man muss nur vergessen wie man andere spiele gespielt hat dark souls fordert und ist hart aber nie unfair es reicht einem nicht die hand aber es beißt diese auch nicht man muss die steuerung verinnerlichen und auch seinen kampfstil immer wieder neu anpassen man muss lernen aus den eigenen fehlern und aus den fehlern der gegner und immer wieder erneut probieren ja man spielt dieses spiel mal nicht eben zwischendurch und man wird es hin und wieder verfluchen aber wer sich durch beißt wird wirklich belohnt mit einem fantastischen art setting und einem sehr sehr geilen spiel sollte man das nicht schon auf pc playstation oder xbox gespielt haben ist jetzt der richtige zeitpunkt es sich zu kaufen 39 euro oder für 29 im angebot wer auf jump and run steht kommt an donkey kong country tropical freeze einfach nicht vorbei das spiel mit der kunterbunten optik hat es faustig hinter den ohren es gibt so wahnsinnig viel zu entdecken auf den sechs inseln allen voran natürlich die abgefahrenen bosse wenn wir alles schaffen wie buchstaben einsammeln münzen bananen und puzzelteile gehen schon mal etliche stunden ins land mit hilfe der besonderen fähigkeiten der einzelnen charaktere gilt es jeden winkel der insel zu erkunden und besondere items oder geheime ausgänge zu finden das ganze könnt ihr auch gerne mit mehreren spielern tun denn ein koop modus ist auch mit an bord ein neuer modus bei der switch ist funky kong mit seinen surfbreit dies kann man als neuen modus sehen wie nintendo oder eher wie ich einfach nur als modus für leute die den normalen schwierigheitsgrad einfach nicht schaffen denn mehr ist es nicht ich kann das spiel wärmstens empfehlen wenn man es noch nicht kennt liebe sitzern müssen nicht unbedingt zugreifen viel neues gibt es nicht allen anderen rate ich dies zu tun denn es macht einfach nur mega spaß und ist für 39 euro auch recht erschwingt das puzzle spiel inside ist düster mysteriös und genau deshalb eines der besten games des jahres finde ich als kleine junge startet in einem wald euer abenteuer dabei lässt das spiel euch im dunklen warum der junge dort ist und warum er auf der flucht ist man fliegt vor hunden männern in masken und anderen gesorgt ein kleiner fehler und man wird zerfleischt oder erschossen und so rätselt man sich durch eine große düstere welt hier mal ein scheiterrätsel da mal etwas logik und zwischendurch übernimmt man auch mal die kontrolle von menschlichen dummies die in fabriken arbeiten das spiel schafft eine ganz besonders dichte atmosphäre es lässt eine kleine pausen um dann wieder mit schneller action zu punkten ich möchte hier nicht weiter spoilern aber dieses indie game ist jeden cent wert und es gibt es in e shop zu kaufen für meistens sechs euro im sale definitiv kaufen metroid und castlevania liegen euch sehr dann ist hollow knight genau richtig für euch tief unter der verfallenen stadt durs maus liegt hellonest eine ehemals glanzvolle zivilisation die nun in trümmern liegt als kleiner käfer startet ihr eure abenteuer nur mit einem stachel bewaffnet das ganze spiel spielt in einer dachten insektenwelt und ihr erkundet weitläufige labyrinthe und areale das spiel selbst hat einen überdurchschnittlichen schwieriges grad man muss die gegnertypen genau studieren um deren angriff zu erlernen nach und nach lernt man neue fähigkeiten durch besiegenen von gegnern und handeln mit anderen insekten diese fähigkeiten helfen einen dann in dem spiel areale zu erreichen die vorher unerreichbar schienen das spiel fesselt einen ungemein und hat einen hohen suchtfaktor sätze wie ich probiere es noch einmal fallen bestimmt zehnmal hintereinander das spiel für wenig geld im e-shop zu bekommen was soll das denn schanzen mario party ist das dein ernst absolut auch wenn das spiel gerne mal verrissen wird von anderen netzplayern und auch sonst die meisten kein gutes haar dran lassen kann ich es nur empfehlen ja der online modus ist kacke und nintendo hat es versammelt aber hey interessiert mich nicht die bohne dieses spiel ist einfach genial um mit freunden spaß zu haben mit den kumpels auf der couch abends sitzen ein paar bierchen zwischen und eine runde mario party genial die spielbretter machen spaß am besten ohne computer spielen aber auch die vielfalt an anderen varianten ist einfach nur cool ob beim rafting oder beim beat musiktanzen es macht laune zu sehen wie sich deine freunde zum affen machen neid und schadenfreunde liegen so dicht beieinander einfach herrlich als sodospiel wäre es nicht mein ding gerade wegen des preises von 60 euro aber als multiplayer spiel macht es wirklich sehr viel spaß absolute kaufempfehlung bes Licht an es bes Licht es ein Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020